Wenn zwei Leute Nein sagen und was anderes markieren Na, der landet da hinten am Kern, ja geil Ja, der landet da hinten am Kern Da ist aber ein Rucksack gebrochen. Aber warum bist du jetzt nur ein einzigen gefunden? Das ist immer ganz beschwerend. Oh, ist du leichter, Monik? Ja, ist noch leichter. Ah, hier liegt noch genug. Warte. Ja. Danke. Ja, du... Du musst dich kurz ausstellen, du. Nein, das war da falsch. Ja, wir haben da aber nicht markiert. Und wollten auch nicht bei dir landen. Hm. Hm. Ja. 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 Oh, guck mal, hier liegt ein Gold nass. Nein, brauchst du nicht. Na gut, wenn du das dann verbergst eben halt, dann tust du mich auch nicht. Ich hab Blut. Hier ist eine Reihe mit dem Energiemagerstil. Stufe 2. Tausend Acht. Oh, das war schon. Das Trigger, geil. Phönix-Kette und... Nelly an der Rüstung. Wirklich so verkackten. Aber wenn sie einen neuen schwulen Chef haben da... Na, der Smiley-Blub. Aber gruselig... Erschrocken habe ich mich ja wirklich gar nicht bei dem DLC. Im Hauptspiel habe ich mich ja schon öfters erschrocken, aber da... Nee, ich bitte dich. War überhaupt nicht gruselig. War so Psycho-Ding, weißt du? Wo da auch das Baby war, weißt du? Das zum Beispiel war cool, aber sonst... Ja, 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 ja... Ah, blau geht doch. Wir sind schon im nächsten Ring. Okay Fuck, warum ist so viel los jetzt auf einmal? Warum war ich direkt instell tot? Man kann ja mal aufhören so wie feige Hurenöhle zu spielen Richtig zum Kotzreizweil. Bisher hat noch nicht mal jemand einen ordentlichen Rucksack. Das hat ja echt für nichts zu gebrauchen. Ah, du hast einen Rucksack. Ja mein Gott, ich habe einen Schuss abgekriegt. Ich muss jetzt erstmal 27 Stunden rumminstruieren. Futsch. Ja komm mal hin, ich will meine Todeskiste wiederholen. Einem Loh an dieser leuchtenden Kiste hinter uns ist jemand. alimentar Media Rapplikate nähert sich. Sehen wir unserem Handwerk nach. Achtung. Ach. Achtung. Achtung. Ach. Ah ja, das Mess geht jetzt nämlich noch. Ich habe echt viele Schilzeln und Spritzen. Ich schleppe eine halbe Apotheke hier mit. Wie freut ihr damit? Halbes Dorf versorgen oder was? 3 Sekunden, ein Papiergang, lieber Zentnern, hat jetzt wohl ein wenig Zeit. Und seid vorsichtig, es gibt einen neuen Bildschutzbereiter. Also weg, Blub. Na, Stahl, Blubber. Ich glaube, hier sind wir gelandet, ne? Na, Stahl. Äh, das ist aber nicht mein Zeug. Ja, hier sind welche. Ah, du warst auch schon tot, oder was? Ja. Wie das denn? Bisschen gestorben. Oh, Dude, koppel dich doch ab, meine Fresse. Oh, es läuft kacke ab. Bisschen. Oh, ich... Wir sind nicht alle im Ring. Wenn ihr denkt, die Sonne brennt. Ach, hier ist das Pfeffer. Das hat alles gut aufgebaut. Der Eierkopf dort hat kein Schild mehr. Einen der Kopf. Ich habe noch keine Kuss. Lade nach. Ich boh mich durch. Ich habe den Schild dieses Eierkopf geknackt. Lade meine Schilder auf, Schätzelein. Lade Schilder auf. Lade meine Schilder auf. Ja. Lade meine Schilder auf. Sekunde, Heilung los. Lade meine Schilder auf, Schätzelein. Ja, nein, heile mich. Lade meine Schilder auf. Lade meine Schilder auf. Lade meine Schilder auf. da schon tode? ja Da war einer, den du gespielt hast, hab einen Ulti, den mir in die Fresse geschmissen und dann nochmal mit der Wurzelmpeer drauf geballert. So, ich meine Kaka-Piss. Ja. Ich suche leichte Gorni. Komm nun, komm. Ich suche eine Flügelmann. Flügelmann. Eine Flügelmann. Ah, Flügelmann. Das ist nichts Flügelmann. Das ist auch nichts Flügelmann. Oh, nein. Das ist aber nicht schwer, hier sind nur ein paar Schuss. Hier ist leichte Munition. Hier ist leichte Munition. Genau, was ich brauche. Hey, du Hurensohn, willst du mich verarschen oder was? Brauchst du noch ein leichtes Magazin? Hier ist leichte Munition. Ich hab's von Blau. Ich hab's von Blau. Ich hab's von Blau. Ich hab's von Blau. Gut. Oh, hier konnte ich nicht drin gucken. Hier ist auch eine Flügelmann. Na, hier ist leichte Munition. Hier ist leichte Munition. Erweitertes, schweres Malerzien. Hier, Suche 3. Du bist es nicht. Fhygelmann. Fhygelmann! Ich hab's von. Ah, flügelmann! Er ist kein Flügelmann! sein also kill spitzenreiter herkommen mach ich geil Junge ich nimm die Fresse Junge aber vielleicht auch doch nicht weil ich kann ja keine Mongo kloppen Junge ja ich nimm dir schon nix weg Pussy der interessiert mich n scheiß was du brauchst du hast meinem Bruder was weggenommen ich weiß nicht was aber trotzdem ja das ist meins so da oder die haben auch ein ganz tolles Lied ihre Frau geht ungefähr so warum bist du so ein Hurensohn 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 ich geb jetzt nur noch den Indie Entwicklern nur noch ne Chance ich hab kein Bock mehr auf die großen Leute darum Call of Noobie hol ich mir eh nicht mehr wozu gibt's kein Summonos in dem neuen Teil wo kannst du deine Waffen extrem schnell hochleveln und den ganzen Quatsch und äh ne was Leute die schon fast mit all dem da fertig sind ja du musst nur vier Herausforderungen machen so wie ich das jetzt richtig gelesen hab vier Herausforderungen Skins dann kommt noch mal eine und dann hast du Gold für die Waffe ja du hast richtig gehört das sind fünf Sachen die du erledigen musst und dann hast du Gold bei einer Waffe ist Kills von hinten da hat Heffrey Rush sich total aufgeregt weil wertlicher Gegner steht doch schon mal mit dem Rücken zu dir und dann fünfzehn Kills irgendwie so machen oder noch mehr der war so angepüsst drei Uhr nachts flügelmann flügelmann Care Paket was ist denn da schönes drin Care Paket ist für die Putzfrau das verstehst du das ist ein Care Paket ist und dann war noch mal ein Hitzeschütz das hab ich jetzt aber die Originalversion ist besser ein schön für den Champion Champion kann mein Luggen ein Ja. Menstruieren nicht so stark. Das ist kein Schrotflütenverschluss, Nila. Fick doch deine Mutterspiel. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Nein! Fack, ich hätte sie fast bekommen. Meine auch. Wir nutzen einen Königskick. Schau, wir decken uns. Skate. 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 Chase Vickery, auch die Happy Pussy. Ich hab mir wieder das eine Lied an. Wunso, 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 wunso. Er hätte, glaub ich, noch eine Kugel gebraucht, aber ja. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Skate. Ja, da kommt ein neues Team. Meine Fresse. Wo ist unser Team-Mate? Du Hurensohn! Warum? Ja, er! Was denn sonst? Wo ist der? Warum pusht denn den Schmidt uns? Ach, jetzt bist du erst oben. Er hat irgendwie einen Toter. Das musst du regeln. Ja, ich bin so gut wie tot. Dann lauf erstmal. Ulti von Kostik. Alter, du bist so blöd zum Scheißen, der Dude. Alter, das ist so richtig. Ja genau, komm zu dem hin, der sich grad am heilen ist. Gut, demchen. Spastier, Alter. Ah, der ist jetzt eh so gut wie tot. Ja. Wir müssen was Hilfe brauchen. Das hätten wir eben auch brauchen können. Wir müssen Schnauze halten. Keiner von uns wäre down gegangen. Okay. Stumm schalten. Schnauze halten. Kackbratze. Keiner von uns wäre verflucht auch mal down gegangen. Dankeschön. Wenn du dem Stück Affenkacke einfach mitgekommen wärst. Ja. Ja, Waffen? Ja, wenigstens ne Havoc. Aber ist das gar nix. Oh, ne Crawler. Hm, ist halt nix. Und? Ja. Hm, drüben in dem Haus sind auch welche. Du, du siehst doch nicht vor dem Fenster stehe, oder? Ich stehe, oder? Bist du irgendwie geistig behindert oder so? Ich bin irgendwie geistig. Bist du, du kannst du weiter wegschauen? Du bist, du bist. Du bist bist du. Richtig. Du bistführer. Juu, ich bin kein Problem. Du bist wirklich ein Problem. Also besser zu auch bei mir. Lauf doch einfach Maggie, meine Fresse und heul leise. Oh, ich war doch drauf. Komm, komm, komm. Du scheiß Zone, Mann. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Danke. Das war's für heute. 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 Danke. Das war's für heute. 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 Kleine Pepe Was sind die denn hier für Bücher? Surviving Zombies Deine Ernst? Ja Ja, das große Buch da Surviving Zombies Von der Schrift her und so in Manchester City Resident Evil 4 Hier Die haben ja einfach mehrfach das gleiche Buch Ja, hier auch im schwarzen Lauf The Thinking Man Der denkt ne Mann The Thinking Man The Way We Der Ring ist nah, aber wir haben nur noch 30 Sekunden Kein Schreck Nur mal nahe Nur mal nahe Nur mal nahe Nur mal nahe Auf jeden Fall Der Ring ist nahe In echt passieren würde die mehr 90% der Weltbevölkerung müssen sich schon keine Sorgen machen Ja, die haben eh kein Geld Ja Okay, jetzt müssen wir mal so langsam eine Rischung rein Wir sind alle außerhalb des Ring Wir sind alle außerhalb des Ring I like the way you move Boah, die ballern da schon rum, Mann Genau ballern... Oh, yo! Da steht auch direkt eine Der Ring ist immer Der Ring ist immer noch Aber noch mal Der Ring ist immer noch Der Ring ist immer noch Was ist das? 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 Was ist das?